Was sagen Sie zum Tag der Öffnung Tür? Ich finde ihn unterhaltsam. Laut. Ist schon auf jeden Fall interessant und es geht ja auch auf. Informativ. Interessant. Schön interessant ist. Herausfordernd. Cool. Informativ. Interessant. Abwechslungslei. Cool, lästig, vertikal. Besonders spannend. Super. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020